»Willkommen in der Murkelei, Merle und Moritz Neumann«, sagte die Stimme, »willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier findet jeder, was er sucht. Die Spitzzahntrolle werden euch begrüßen, die Spitzzahntrolle lieben den Reim, sie werden euch prüfen. Hört ihnen gut zu, seid freundlich und bescheiden und vor allen Dingen seid auf der Hut«, ich merkte, dass Moritz Hand in meiner anfing zu zittern. Auf seiner Stirn hatten sich kleine Schweißperlen gebildet. »Spitzzahntrolle«, flüsterte er, »ich habe es gewusst, Spitzzahntrolle.« »Vielleicht sind sie doch freundlicher, als du denkst«, sagte ich. Ganz hinten, wo der Gang am engsten war, machten wir kleine, dunkle Punkte aus, die sich langsam aber sicher auf uns zubewegten. Und dann hörten wir es. Ein leiser Gesang, kleiner Stimmen, der immer lauter und deutlicher wurde. Das also waren die Spitzzahntrolle. Wir sind die Spitzzahntrolle im Dienste von Frau Wolle. Der König in der Murkelei, sie rief uns Trolle heute herbei. Im Dienste von Frau Wolle sind wir die Spitzzahntrolle. Wir sind die Spitzzahntrolle im Dienste von Frau Wolle. Sie schickte uns zwei Kinder her und macht uns so das Leben schwer. Im Dienste von Frau Wolle sind wir die Spitzzahntrolle. Die Spitzzahntrolle standen jetzt genau vor Moritz und mir. Es waren fünfzehn Puppen, kleine Männlein. Sie hatten die Köpfe in den Nacken gelegt und musterten uns mit böse blitzenden Augen. Ihre Gesichter waren uralt und faltig und ihre Mundwinkel hatten sie mürrisch nach unten gezogen. Guten Tag, ihr lieben Spitzzahntrolle, hauchten Moritz und ich gleichzeitig und versuchten unser freundlichstes Gesicht zu machen.